Jo Leute, heute gibt es endlich mal ein Thema zum Video BKS Böller selber bauen, zum Beispiel hier habe ich schon mal welche vorbereitet, so in allen möglichen Größen. Hier gibt es noch kurz ein Testvideo, damit man gleich mal am Anfang sieht, wie so ein Böller letztendlich ausschaut in Action. So hier ist der Testböller, 10 Gramm mit Zitan. Ich empfehle jedem, der überlegt sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder sowas zu machen, dieses Video bis zum Ende anzuschauen, weil es euch und andere auch vor sehr schlimmen Verletzungen und so bewahren kann. So beim Thema Böllerbau ist natürlich das allerwichtigste die Sicherheit und das allersicherste, was man beim Böller selber bauen machen kann, ist es einfach ganz zu lassen. Also es ist mein voller Ernst. Es besteht dabei zu jeder Zeit und immer, egal welche Materialien man verwendet und sonst wie aufpasst, besteht immer die Gefahr, dass irgendwas schief geht und man sich und andere sehr schlimm verletzt. Deswegen mein Rat, macht es einfach nicht. So, das ist die sicherste Variante. Ich weiß allerdings ganz genau, dass es trotzdem Leute gibt, die sich dessen bewusst sind und trotzdem sowas machen. Und für die werde ich jetzt hier eben ein paar Tipps geben, dass sich das Ganze noch so sicher wie möglich gestaltet. Also ein Böller besteht im Prinzip aus drei, beziehungsweise vier verschiedenen Teilen. Hier ist einer ohne so eine Hülle und zwar der allgemeinen Hülse außenrum hier. Dann zwei Stopfen, also die Stopfen vorne und hinten, die Zirnschnur und das BKS innen drin. Ich werde einfach zu allem ein bisschen was sagen, auf was man auf jeden Fall achten muss. Genau, ich fange einfach mal an mit der Hülle, wie man solche Hülsen rollt und herstellt. Habe ich schon mal ein Video gemacht, das ist jetzt in der Infokarte. Hier sind eben solche Röhren aus Pappe und beim Kipulais habe ich eine andere Hülsentechnik angewandt, beziehungsweise erfunden, entwickelt. Die ist auch in der Infokarte. Hülsen dürfen nur aus Pappe oder Papier bestehen. Auf keinen Fall irgendwas, was splittert. Zum Beispiel PVC-Röhre oder schon gar kein Metall. Es gibt ja zum Beispiel diese PVC-Installationshöhre aus dem Baumarkt. Irgendwie zwei Meter für einen Euro oder so. Wo man natürlich ganz bequem einfach nur irgendwie fünf Zentimeter lange Stücke runter sägen kann. Und dann hat man schon fertige Hülsen. Aber das sollte man auf keinen Fall machen, weil PVC das splittert auch und die Splitter fliegen euch dann um die Ohren. Und wenn die einem im Auge treffen oder sonst wo stecken bleiben, kann das ganz schlimme Verletzungen herbeiführen. Erst recht natürlich wie bei Metall oder anderem Zeug, was splittert. Bei Metall ist es prinzipiell eine Splittergranate dann. Ich habe auch schon so PVC-Röhre früher verwendet und Metallrohr, aber das war extrem dumm. Das mache ich jetzt natürlich auf keinen Fall mehr. Und solche Hülsen aus Pappe zerfetzt schön in so ein paar Fetzen eben. Und das Schöne ist, die vergammeln auch danach einfach. Ich weiß, jetzt werden zwar wahrscheinlich wieder Leute kommen, die sagen, ja ich mache schon seit fünf Jahren hunderte so PVC-Rohr-Böller und es ist noch nie was passiert. Ja, das mag richtig sein. Aber das ist eine bescheuerte Einstellung, weil selbst wenn 10.000 Mal was gut geht und dann beim 10.001 Mal euch der Splitter ins Auge fliegt, bringt euch die ganzen 10.000 gut gegangenen Böller nichts, weil ihr dann trotzdem blind seid. Und deswegen ist diese Argumentation kompletter Schwachsinn. Genau, kommen wir weiter zu den Stopfen. Also ich habe hier Pappstopfen, die sind aus dem gleichen Papier wie die Hülsen gerollt sind. Und Leim hier und Leimwasser. Also habe ich auch schon wieder gemacht dazu, wer es noch nicht kennt, das ist in der Infokarte. Ja, die sind ja relativ aufwendig. Und ich habe ja früher auch schon lange Zeit immer Heißkleberstopfen verwendet. So für Stopfen grundsätzlich gilt, man darf auf keinen Fall ein Material benutzen, was bei der Explosion nicht kaputt geht. Also zum Beispiel Heißkleber oder Gips oder irgendwas anderes, was eben hart bleibt und durch die Gegend fliegt. Ich habe es ja lange Zeit gemacht, Heißkleberstopfen, bis zu einem gewissen Punkt, beziehungsweise einem gewissen Ereignis. Und zwar ist an Silvester einem der Heißkleberstopfen von dem Böller gegen das Bein geflogen. Und die Folge davon war so ein blauer Fleck, ungefähr wie von einem Paintball. Wer schon mal Paintball spielen war, weiß, was ich meine. Und wenn jetzt dieser Stopfen in sein Gesicht geflogen wäre oder auch von mir aus in seine Eier oder sonst wo hin, dann hätte das ganz schlimme Folgen gehabt. Und seitdem habe ich nie wieder Heißkleberstopfen verwendet, sondern diese Pappstopfen hier entwickelt. Dafür gilt jetzt wieder das Gleiche, wie ich vorher schon bei den Hülsen gesagt habe. Es kommen bestimmt wieder Leute und sagen, ja, ich habe es jetzt nur Heißkleberstopfen verwendet und gezündet und es ist noch nie irgendwas passiert. Zündet auf keinen Fall mehr Böller mit Heißkleberstopfen oder Gipsstopfen oder sowas. Es reicht außerdem nicht, den Böller einfach nur hinzustellen mit der Ausrede, dass dann die Stopfen nach oben rausfliegen. Das stimmt, zwar tun sie dann, aber die kommen ja auch wieder runter. Wenn man jetzt Gips benutzt hat, das ja praktisch wie ein Stein ist, dann ist es bestimmt nicht sonderlich angenehm, weil man einen Stein aus was weiß ich wieviel Meter Höhe mit einer Irrengeschwindigkeit auf den Kopf bekommt. Außerdem kann der Böller umfallen und dann habt ihr genau das gleiche Problem wieder, dass euch die Stopfen um die Ohren geschossen werden. Genau soviel zu den Stopfen. Dann komme ich noch weiter zur Zündschnur. Die Zündschnur ist das wichtigste, praktisch eigentlich wichtigste Sicherheitsding am Böller, weil die euch natürlich Zeit gibt, entsprechende Entfernung, entsprechenden Sicherheitsabstand einzunehmen. Genau deshalb darf die Zündschnur auf keinen Fall selber hergestellt werden, weil das Zündschnur herstellen selber ist, also dass sie wirklich gut ist, ist sehr schwierig, da braucht man spezielle Maschinen dafür. Es gibt so schwachsinnige Videos zum Beispiel, wo irgendwie ein Baumwollfaden in so zerstampfte Streichholzköpfe oder so eingetaucht wird, oder halt so, ja das ist halt der Dranhafte. Das ist bescheuert, also das ist komplett unzuverlässig, das kann einfach ausgehen und durch irgendeinen Stopfen brennt das sowieso nicht durch. Selber hergestellte Zündschnur kann irgendwie zum Beispiel einfach ausgehen und dann geht man hin, um zu schauen und dann brennt die auf einmal weiter, weil sie nur noch geglimmt hat, weil sie ihm scheiße hergestellt wurde. Und dann explodiert der Böller, wenn man gerade daneben steht. Ja, die Folgen kann man sich erdenken. Es kann natürlich auch bei gekauften Zündschnüren vorkommen, dass sie irgendwie kaputt gehen oder so. Aber, also ich hab's wirklich, ich hab schon mehrere hundert Meter Zündschnurrollen verheizt und es ist einfach noch nie irgendwas nicht gezündet oder so. Deswegen, ja sind die eigentlich relativ sicher. Wenn sie natürlich keine Beschädigung haben, also hier sieht man, die ist in sehr gutem Zustand, wenn die Kamera mal scharf stellen würde. Naja, will sie nicht. Egal. Ähm, ja. Also der Fall keine Knickstellen haben oder sonst was. Vielleicht mach ich auch mal noch ein Video, wo ich genauer was dazu erzähle, wie die hergestellt werden irgendwie mit solchen Maschinen. Aber auf keinen Fall Zündschnur selber herstellen. Das ist ganz wichtig. So, als letzter Teil kommt natürlich noch die Ladung innen drin, also das BKS. Dazu kann man eigentlich sagen, das ist praktisch das Gefährlichste beim Böller herstellen. Weil da natürlich, das kann, muss eigentlich praktisch damit rechnen können, dass es jederzeit irgendein immer hoch geht. Egal was man für weiß verwendet. Auch wenn es nur Magnetische Schäfte ist, da sind auch schon Unfälle damit passiert. Ähm, beim Mischen oder so, wenn sich, keine Ahnung, irgendwie ein Funken doch irgendwie entsteht in der Nähe oder so. Also selbstverständlich, ob ich denke mal, so schlau ist jeder selber. Selbstverständlich nicht neben offenem Feuer oder irgend sowas arbeiten. Oder irgendwas, wo Funken herkommen können eben. Aber es kann auch durchaus schon irgendwie was sein, dass man sich irgendwas statisch auflädt. Durch Reibung oder sonst was. Kleidung, keine Ahnung. Und wenn man dann die falschen Materialien, die falschen Werkzeuge und sonst was verwendet. Dann kann da irgendwie was funken und hochgehen. Also es ist auch schon was mit so harmlosen Zeugen in Anführungszeichen passiert. Von da aus sollte man sich dann nicht in falsche Sicherheit wiegen. Ja, letztendlich kann man dazu eigentlich nur sagen, man muss eben damit rechnen können, dass es jederzeit was passiert und hochgeht. Und deswegen nur in so kleinen Mengen arbeiten, dass wenn was passieren würde, es eben nicht so schlimm ist. Also, ja, so würde ich das mal formulieren hier. Und wie ich es natürlich ganz am Anfang schon gesagt habe, es ist natürlich immer das sicherste, es ganz zu lassen. Ob ihr das jetzt trotzdem tun wollt, ist euch überlassen. Ich werde jetzt hier keinen solchen Böller live bauen. Das hat zwei Gründe. Und zwar erstens würde das Video sowieso gesperrt werden sofort dann. Und dann hören die ganzen Sicherheitstipps auch wieder keiner. Deswegen wäre es relativ sinnlos. Und zweitens, ich habe Videos zu allen Teilen, die man für so einen Böller braucht. Also ich habe Videos schon mal in die Hülsen herstellt. Ich habe Videos schon mal in die Stopfen herstellt und in die Hülsen reinpresst. Und ich habe BKS-Vergleich-Tests gemacht, wo viele Mischungen, verschiedene getestet werden. Letztendlich ist es nur die Hülle nehmen, Stopfen rein, BKS rein, andere Stopfen rein und Zündschnur rein. Und das lässt sich auch durch meine anderen Videos relativ gut erschließen. Und wer das nicht schafft, der ist eindeutig geistig nicht in der Lage, sich mit sowas zu befassen. Genau deswegen ist es heute nur Gelaber, aber ein sehr wichtiges Gelaber auf jeden Fall. Ja, also so Fazitmäßig lässt sich sagen, Hülle darf nur aus Papier bestehen. Kein Heißkleber, kein Gips, kein Plastik, kein Metall oder sonst was. Und Zündschnur muss immer eine sichere gekaufte sein. Genau und jetzt gibt es nochmal das Testvideo, was ihr ja vorher schon gesehen habt. So zum Abschluss, viel Spaß. Dann limpoul DIE Was Ihr bestimmt? 求婚 sat chäden Tori Zündschnur Black Wity Untertitelung des ZDF für funk, 2017